meine freunde herzlich willkommen zu einem weiteren video wir starten direkt mal mit einem kleinen grund vom flohmarkt ich zeige es euch gleich mal besser hier einmal ein roter spacementorso in einem sehr guten zustand einmal ein ritter schild auch in einem guten zustand ein zwei graue steine und ein boot weiteren fund einer ganz normalen minifigur hauptsächlich mitgenommen hier unten das ventil ist einem schlechten zustand und das geht auch schon ab kein doppelgesicht aber gut kommt für den helm kann man das auch für ich glaube 2,50 waren es mitnehmen und es gab noch eine schwarze vierer platte also da beschwert man sich ja nicht weiterhin haben wir ein lego star wars ne lego jurassic world comic nummer 2 das ist das aktuelle für 390 mit diesem wunderbaren extra genau ich habe das extra schon aufgemacht gehabt bei owen sind tatsächlich die haare an der seite sind so kotletten die sind angeknickt da muss ich manchmal mit blue ocean in kontakt treten und sagen was ich die gerne neu hätte bei gelegenheit können wir auch bei dem magazine das mit dem nest das letzte also das aktuelle dann wird eine eierschale gefehlt so eine offene ja gut dann habe ich noch für lego angerufen und meinen dino reklamiert das set kennt ihr ja schon und meiner war dreckig und da habe ich jetzt einen neuen gekriegt noch jetzt habe ich zwei naja gut ihr könnt selber mal schreiben ob das schummeln ist oder einfach nur noch mal normal ist weil der war wirklich dreckig der print war nicht sehr schön da war einfach ein großer blauer fleck drauf ja genau und dann kommen wir zum letzten größeren teil das war ja doppelte vip punkte und da hat sich ein set in meinem haus schlichen ich pack das gerade mal aus einmal die ähh warte 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 3 fokus dann hat mich 76950 des rat und opcken ab anbuch keine ahnung also mit der angriff sie 비슷ernактиksam genau und doppelten help man habe mich das einfach mitgenommen hat dann noch bei einer kleinigkeit dafür müssen müssen wir kroon Curious ja noch mal so nebenbei aktuell kommen wenig videos in meinem quasi weil ich aktuell nicht sehr viel steine habe ich suche mir schon überall die steine zusammen bei leuten und so aber es kann doch ein bisschen da genau da müssen wir auch schon hier hier haben wir einmal eine alte systemplatte die 799 hier im karton das ist einmal dieser camper und noch ein paar figurenteile das muss halt noch gewaschen werden deswegen steht das hier und und dann noch mal eine box gelten stein ein paar zahnräder genau das ist auch schon ich möchte mich jetzt einfach genau bis zum nächsten mal hoffentlich wieder freitag beim nächsten update oder ja nachdem vielleicht kommt das update auch direkt nach diesem video hier raus